Gott mit uns steht auf der Gürtelschnalle des deutschen Soldaten. Tatsächlich ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sie glaubten, die besten Soldaten der Welt zu sein. Ist das der erste Fronteinsatz? Jeder muss mal anfangen, nicht? Sie waren durch ganz Europa marschiert. Ihr seid ausgewählt worden, weil ihr die Besten seid. Vergesst das nie! Dann kam die Schlacht, die alles veränderte. Die der Anfang vom Ende war. Weil wenn du hier empfängst nachzudenken, bist du verrückt. Alles ging verloren. Die Freunde, das Vertrauen, der Lebenswille. Die Männer haben an sie geglaubt, haben für sie gekämpft. Was wird denn jetzt mit uns? Bis nichts mehr übrig blieb als blanke Verzweiflung. Wir haben noch keine Chance mehr. Warum kapituliert ihr nicht? Lenkt an! Das mach ich nicht. Ich hab keine Lust mehr zu schießen, ich war auf dich! Im Namen des Führers. Die Sau bringe ich um. Das könnt ihr... Das könnt ihr ja doch nicht wollen! Im Namen des Führers. Raus! Im Namen des Führers. Stalingrad. Die Sau kannst du noch gar nicht mehr anpassen. Das Erste ist ein gar nicht mehr. Das theft. Man. Im Namen des Führers. Das ist einmart scoring. Einberg start. Untertitelung des ZDF, 2020